Viele Jahre ist es her, da lebte ein österreichischer Junge glücklich mit einer guten und gepflegten Kurzhaarfrisur in Wien, in Österreich. Eines Tages entschied er sich dazu, die Haare wachsen zu lassen und das Ganze eskalierte sehr bald. Eineinhalb Jahre vergingen und er konnte nicht davon absehen, die Haare kurz zu schneiden. Doch der Moment ist gekommen, an dem er eine Veränderung oft und das Ganze einsetzen will. Damit Servus Leute, mein Name ist Paul Unterlehrner. Willkommen zum neuen Judo-Video auf meinem Kanal. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist Zeit für Veränderung. Heute ist es soweit, die Haare werden geschnitten. Jetzt geht es dem Friseur. Nach über einem Jahr, oder schon länger glaube ich, wachsen lassen, wird es Zeit, die Dinger wieder zu kürzen. Ich glaube, eineinhalb Jahre war das jetzt, Dezember 2022. Bei Mr. Lümp hatte ich noch lange Haare und ich glaube, im Sommer davor noch nicht ganz, da waren die mittleren noch ein bisschen kürzer. Aber heute, wie gesagt, werden die Seiten wieder kurz, werden die oben wieder kurz und wir werden schauen, was gezaubert wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und gute Inhaltung. Ja Leute, und deshalb sind wir heute hier, genau lesen. Aber ich muss sagen, scheiße fand ich meine Haare auch nicht. Ich habe sie nicht umsonst lang wachsen lassen, also zwischendurch gefallen es mir auch richtig gut. Aber an manchen Tagen sind die auch einfach komplett für den Arsch. Also klar, jeder hat einen Bad Hair Day, aber irgendwie habe ich es halt nicht mehr so gefühlt, weil die dann irgendwie wenig stylbar waren, dann irgendwie abgestanden sind, vor allem beim Sport ein bisschen genervt haben. Deshalb wird es Zeit, die heute kurz zu machen. Ich wurde gerade angerufen von Camilla. Was denn? Telefonieren. Mit dir. Was? Du siehst was aus? Essen. Wo ist mein Stativ? Ich habe das mitgenommen, das Stativ. So nimmst du immer meinen Aufsatz mit. Ich muss jetzt Haare schneiden gehen, sorry. Ich teste übrigens heute einen komplett neuen Barber, wo ich noch nie war. Und direkt passend dazu werden meine Haare komplett kurz geschnitten. Also ich bin gespannt, dass hier wieder gezaubert wird. Ich habe hohe Erwartungen und will natürlich auch wissen nachher, dass es eine gute Entscheidung war. Also hoffen wir drauf. Ich habe jetzt noch kurz Zeit zu warten und dann bin ich hier gleich dran. Ich komme hier auf den Phönixthron und habe sogar mit Kopfmassage gebucht. Ich danke dir, der Premium-Paket. Okay Leute, jetzt geht es langsam los. Ich habe gerade schon Fotos hergezeigt, wie das Ganze aussehen soll. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen, wie das nachher aussehen wird vor allem. Weil ich jetzt wie gesagt fast zwei Jahre keine kurzen Haare mehr getragen habe. Jetzt ist es mal Zeit und wir legen los. Ich habe jetzt auf den Kopf gemacht. Wir sind die Verteidigungen. Wir sind die Tauer, die wir bilden. Wir sind die Jesus, die wir bilden. Wir sind die Verteidigungen in der Welt. Wir sind die Verteidigungen in der Welt. Wir sind die Verteidigungen in der Welt. Okay Leute, die Haare sind ready, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, ich finde es übel fresh. Ich habe jetzt einfach mal so einen Seitenschein gemacht, den kann man technisch auch mittig legen, aber ich finde es sieht ziemlich stark aus und der Übergang ist wirklich wild geworden, hier seitlich Alter, ich glaube ich hatte noch riesenguten Haarschnitt, also zumindest barber-technisch, das sieht wirklich krank aus, ich bin zufrieden. Ich weiß nicht, ob William den TÜV genehmigen würde, aber es ist wirklich cool. Sehr, sehr ruhig. Schauber, so bin ich. Sehr guten Job gemacht, danke dir. Was absolut kacke ist, dass es draußen regnet und wir unsere Versuch wahrscheinlich gleich zerstören werden, aber so ist, wir haben uns erstmal einen Reispudding rein, Pre-Workout-Meal mit Bananenfaden, was gibt es Besseres? Lecker. Ja. Die gibt es jetzt und dann fahren wir direkt ins Gym, check mal ab, was Camilla zur Reaktion oder zur Reaktion zu den Haaren sagt und nachher werde ich glaube ich auch noch William anrufen, mal schauen, was der dann abcheckt. Aber jetzt erstmal, es ist so eine geile Konsistenz, ich schwöre, es ist einfach wie so ein Grießpudding oder wie so ein Grießkuchen fast. Das ist wirklich super. Die Frisur muss jetzt halten, den ganzen Tag und die ganze Woche, man kennt es. Ich hatte es wirklich noch nie, dass die Frisur nach dem Friseur direkt top war, sondern eigentlich immer erst ein paar Tage nach. Aber ich muss sagen, mein Gesicht wirkt halt jetzt um einiges fetter. Also wenn die Diät voranschreitet, dann wird es doch mal endlevel clean. Aber gerade habe ich halt noch ein kleines Fett-Mond-Gesicht. Den Löffel habe ich gut zerstört. Jetzt zerstören wir unseren Rücken. Ich bin Mr. Police Officer, my woman is pregnant. And I kiss this guy, I'm skydiver. Just Vienna Finks. Hat jemand stabil gesungen? Vienna. Was sagst du? Na, Seiten könnten kürzer sein, weißt du was darauf dazu gut passen würde? Was? Ein Bart. Ist auch noch ein bisschen. Ja, aber fresh. Das Gesicht schaut gleich da irgendwie dick aus, oder? Nein, das schaue ich mal an. Ah ja. Aber im Laufe der Diät wird das ja. So ist das, habe ich dir auch gesagt. Gleich kommt Camilla auch noch. Dann fragen wir sie auch für die Frisur. Aber die Junge, die sind clean und so netz. Hat sie es auch noch nicht gesehen? Ne. Hab sie vorher angerufen, aber extra noch nicht mit Facetime gezeigt. Nein. Lass mich so nicht filmen. Was sagst? Oh mein Gott. Sieht gut aus? Der sieht gut aus, aber der sieht so anders aus. Machen wir kurz einen Nacken-Check. Oh mein Gott, du blutest. Echt? Perfekt. Hurtstag geschnitten. Ist schön geschnitten, aber der hat auf jeden Fall ein bisschen ab auf dich geblieben. Aber der hat krassen Übergang gemacht. Ja, stimmt. Finde ich. Krass. Sieht wieder so aus, als ob wir uns kennengelernt haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir schauen einmal, wie schnittig die Haare im Wind liegen. Und es sich im Training anfühlt, nichts in Gesicht zu haben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie 14 Uhr ist im Gym extrem viel los. Also der ganze Kurzhandbereich ist voll. Klar irgendwas das ist. Wenn wir so genau. Freitag-Nachtmittag ja gut. Vielleicht haben alle ein bisschen früher aus. So was soll's. Wir haben jetzt Bizeps. Den pumpen wir auf. In Soldaten-Manier. Mit SZ. Zum Schluss am Kabel. Und zwischendurch dann... Concentration. Nicht Concentration. Feature Curse, glaube ich. Ballern. Das war jetzt eigentlich das vorletzte Training im Aufbau. Ab nächster Woche bin ich auf Diät. Und dann heißt das mal ein paar Momente richtig richtig Gas geben. Um das Gesichtsskini zu machen. Um den Körpersskini zu machen. Um die maximalen Arschstreifen rauszuhlen. Ich hab auch richtig Bock drauf. Essen hängt mir sowieso zum Hals raus. Deswegen ist es auch voll gut sein, ein bisschen weniger zu essen. David ist gerade auch auf Diät. Wie läuft's bei dir? Diät? Ja. Ja, eh gut. Drei Kilo in zwei Wochen. Und dann... Schauen wir mal, was noch geht, oder? David macht jetzt erstmal zehn Wochen Mini-Cut. Und da mal sehen. Vorher ist kein Wettkampf geplant, aber schauen wir mal. Was macht man nicht sonst, wenn man im Restaurant ist? Seil eigenes Essen essen. Wir hauen hier rein. Witziger Unterstützung. Ich genier mich. Ich genier mich. Mach was. Muss schmecken. Ich hab mich jetzt nochmal rausgesetzt und werde kurz William anrufen mit der Frisur nach seiner Meinung fragen und mal schauen, was er dazu sagt. Willy. Zeig dein Gesicht. Wie geht's? Zeig dein Gesicht. Du musst sagen, ob es zu frisch ist jetzt. Puh, Junge. Alter, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Du siehst richtig gut aus, Mann. Danke, Bro. Danke, danke. Alter. Neuer Mensch. Ja, Mann. Ich bin auch dieses Mal richtig gut geworden. Wenn ich vom anderen Ufer nur dich nicht nein sagen würde. Ich freue mich, dass ihr gefällt. Ich bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Also war eine gute Entscheidung. TÜV bestanden. TÜV bestanden. Das ist das Wichtigste. Boah, Digga, mein Gesicht ist fett, Junge. Also wenn William sagt, der TÜV ist bestanden, dann ist der TÜV auf jeden Fall bestanden. Ich freue mich, dass es ihm gefällt. Ich hoffe, euch gefällt es natürlich auch. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Also hätte ich die Haare schon wieder ein bisschen früher schneiden sollen. Ich glaube, jetzt dann zum Diätstart ist ein geiler Zeitpunkt und es passt optimal. Wieder zurück zu Hause und so sehe ich irgendwie aus wie ein komplett anderer Mensch. Also ich fühle mich wie mein jüngerer Bruder. Ich sehe aus wie zwölf oder vierzehn oder so. Richtig crazy. Und extrem ungewohnt. Aber was soll's. Ist auf jeden Fall witzig. Meine Haare riechen gut. Die wurden heute geil mit Haarprodukten gepflegt. Genauso muss es sein. Jetzt brauche ich aber noch ein paar Proteine. Deshalb haben wir rein. Und zwar habe ich hier sogar eine Special-Version bekommen von einem veganen Designer-Protein. Mal schauen, wie das schmeckt. Okay, dann machen wir jetzt mal eine Check. Konsistenz sieht schon mal sehr, sehr smooth aus. Man bewertet das Ganze jetzt dann nämlich immer nach Geruch, Geschmack, Konsistenz und Aussehen. Aussehen, würde ich sagen, eine 9 von 10. Sieht aus wie so ein Schokogetränk. Geruch riecht sehr nach Kaffee. Würde ich sagen, 8,5 von 10. Geschmack ist auch eine 8 von 10, würde ich sagen. Löslichkeit ist eine 9 von 10. Aber geschmacklich ist es jetzt keine halbe. Das könnte ein bisschen geschmacksensiver sein. Man schmeckt noch das Wasser raus. Man schmeckt auf jeden Fall Kaffee. Aber es ist nicht ein Protein, wo ich sage, okay, das haut mich um. Und Konsistenz ist ganz gut, aber auch nicht perfekt. Deswegen eher 9. Vielleicht sogar eine 8,5. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Etwas süßer, etwas stärker. Was auf jeden Fall sehr nice ist, ist der veganen Designer-Protein-Pudding. Habe ich gestern zum ersten Mal auf Instagram getestet. Und der hat mir extrem gut gefallen. Was geil ist, der hat richtig starke Nährwerte. Hat 100 Gramm, 4 Gramm Fett, 25 Gramm Kohle. Hat der 50 Gramm Eiweiß. Also eigentlich wie mein Säuerkram, was ich jeden Tag esse. Und als Shakersatz ist es theoretisch ziemlich geil. Eine Portion mit 20 Gramm Eiweiß kostet euch ca. 1,30. Wenn man es mit Milch macht, hat man natürlich noch mal ein bisschen mehr Eiweiß. Also kostet ähnlich viel wie die Supermarktversion. Zumindest hier in Österreich. Vegan gibt es das ganze Jahr sowieso schon gar nicht als Protein-Pudding. Ich glaube nur von Alpro. Und ich glaube, der ist auf jeden Fall teurer. Ich bin mir nicht sicher. Und wenn er nicht teurer ist, hat er auf jeden Fall um einiges mehr Zucker und um einiges mehr Fett. Und gerade noch noch die 20% auf Protein und Foods bei ihr sind. Das heißt, auf den Protein-Pudding, auf Protein-Pulver, auf Mais-Pudding, Reis-Pudding, der jetzt wieder restockt wurde. Den ich extrem feiere. Gibt es 20% mit dem Code Paul. Auch auf die Ernest-Butter, auf die Cashew-Butter und viele weitere Butter. Auf jeden Fall im Shop vorbeischauen, auch auf die Riegel. Und dann könnt ihr einige sparen. Checkt die Proteine ab und die Foods. Und seid bestens versorgt mit Code Paul. Ich mache jetzt hier gerade noch ein bisschen Coaching, Rezeptauswahl und so weiter. Damit hier auf jeden Fall einige am Start sind, wo man sich dran halten kann und ernähren kann. Hier sind jetzt lauter vegane Rezepte. Die sind natürlich alle sehr, sehr stark am Start. Manche dauern ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Die meisten präferieren eh kurze Rezepte. Finde ich auch am sinnvollsten, dass man hier wirklich schnell die Mahlzeit ready hat. Und die stundenlang in der Küche stehen muss. Ja Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ich gönne mir jetzt noch eine Stunde hier wahrscheinlich. Und ansonsten, hoffe ich, hat es euch natürlich gefallen, dass die Haare ab sind. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ein Like für das Video da lassen. Vielleicht auch ein paar Ideen, was ich für das Nächste machen soll. Ich glaube, im nächsten Video vorbei. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.